Moin Moin und willkommen zurück zu Lilies kleinen Abenteuer hier bei EnderLilies. Wir befinden uns immer noch auf dem Weg, um andere Wesen zu erläutern und rauszufinden, was mit diesem verdammten Land eigentlich los ist. Die treffen einen ganz gut da, aber wenn ich mich von unten angreife, dann ist es glaube ich besser. Level up, okay. So. Warte. So. Jetzt ist alles wieder voll, ne? Wui. Kommt doch in eine Stadt rein oder in ein kleines Dorf. Sieht aus, als ob dies einst ein Dorf war. Da hätte ich ausweichen sollen. So ein kleiner Hund. Da komme ich nicht hoch. Aber da oben ist einer, ne? Wo wir wieder hochkommen. Oh. Der berührend darf ich ihn aber auch nicht. Ach, ich dachte, ich könnte da rauf. Ich dachte, ich könnte da rauf landen. Ne, ist kann ich nicht. Okay. Okay. Dann geht's da nicht weiter. Ich lerne ja auch noch schießen. Weiß es nicht. Rechts aufs Dach rauf. Wahrscheinlich, ne? Okay. Okay. Ah Mist. Okay. Kisten kann man nicht kaputt machen? Ne. Ne, die Kisten kann man nicht zerstören. Leider. Die sind wir mal wieder. Okay. 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 So. Kann man noch nichts machen? Okay. Dann geht's hier auf jeden Fall runter. Sollen wir runter gehen kurz? Ist da irgendwas? Okay, jetzt geht's tief. Oh, okay. Jetzt geht's richtig runter. Diese Beschützerin ist unterirdisch. Unreines Sediment. 10 aufnehmen. Zum Verstärken von Fähigkeiten. Die Reste der ausgeläuterten Unreinen extrahierten Unreinheit. Die strahlen in einem schwachen Licht. Auf einen Ruhrort werden damit Fähigkeiten verstärkt. Okay. Da kommen wir aber nicht durch. Da komme ich auch... Doch, da komme ich hoch. Aber ich komme nicht weiter. Okay, hier geht's erstmal nicht weiter. Vielleicht müssen wir da lernen noch zu tauchen oder so. Vielleicht gibt's diese Fähigkeit auch noch irgendwann. Kann ja gut sein. So, gehen wir erstmal weiter. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich muss mit meinem Energie haushalten hier. Bin immer zu... Zu schnell. Muss wesentlich langsamer werden, glaube ich. So. Okay, komm. Auf dem Dach irgendwas? Nee, ne? Okay. Die liegen wir unten längs. Ich habe da noch eine Kiste vergessen, oder? Sicher, sicher. Alles mitnehmen, was nicht nid- und nagelfest ist. Oh. Okay. Da kommen wir nicht einfach so rein. Sollen wir einen anderen Weg wenden? Okay. Okay. Was ist er denn? Oh. Fuck. Okay, das ist glaube ich nicht so schwer. Ich dachte erst, das wäre so ein Boss, aber ein bisschen klein für den Boss, ne? Okay. Ich muss ihn anders killen. Kann ich hier mit meinem Monster durchkommen? Auf Hessen? Nee, das geht nicht. Ich selber kann da auch nicht runterhauen. Okay. Noch geht's nicht. Okay. Okay. Hier ist noch einer. Alles ist zerronnen im Regen. Verstärken von Fähigkeiten. Hatten wir schon. Nehmen wir wieder mit. Perfekt. Aber weiter geht's hier nicht, ne? Eigentlich schade. Da kommen wir nicht rein. Okay. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Aber anscheinend brauchen wir das ja für unsere Verstärkung der Fähigkeiten. Wir können jetzt ja hier durch. Komm hier unten. Wer hat davon da so willkommen, Entschuldigung. Kann ich auch auf der Karte eigentlich sehen, ne? Jetzt wird er schon dran. Oh. Oh. Da los. Da los. Da. 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 Ja. Das halt immer noch schießen kann der Arthur, ey. Das nervt schon so ein bisschen. Diese Schatzkiste. Kaputte Spiellohr. Du erleidest geringwürdig weniger Schaden durch Angriffe. Eine Spiellohr, die im Kampf kaputt gegangen ist. Sie spielt ein altes Wiegenlied. Drinnen steht, mein geliebtes Kind, auf das wir uns in unseren Träumen wiedersehen. Okay. Hier kommen wir auch nicht rein. Wir müssen auf jeden Fall eine Sitzbank finden, um das nutzen zu können. Alter! Du hättest mich gar nicht treffen dürfen. Okay, da kommen wir noch hoch wieder. Gibt es nicht so viele andere Wege denn? Wir müssen hier unten längst, ne? Oh, schnell weg hier! So. Schade, gerade Level auf. Wie lange, aber egal. So. Eine Hütte, lass uns darin Rast machen. Wenn es geht. Achso, hier kann man auch lassen Sie es einmal lesen, was da steht. Gläubignotiz. Seit die Unreinen im England erschienen sind, sind viele Glaubensrichtungen angefangen, wenn unsere Kirche des Weges innerhalb kürzester Zeit ausgestorben. Die Menschen sammelten sich auf der Suche nach Hoffnung um die Weißpriesterin, wodurch sich die Weiße Kirche ausbreitete. So, hier können wir schlafen. Ein bisschen ausruhen. Wir haben ja auch ein paar Sachen noch bekommen. So, wir wollen einmal gucken. Relikte. Slot nicht ausreichend. Ich hab nur... Achso, ich brauch zwei Slots dafür. Was von der? Hm. Vielleicht der besser? Ein bisschen weniger Schaden erleiden. Was haben wir denn? Verstärkung. So, wir können unseren Angriff stärker machen. Wir können das machen. Also wir sagen, wir machen den Angriff auf jeden Fall stärker. Achso, alte Seelenreste nicht ausreichend. Alte Seelenreste. Ach, wir brauchen eine Alten, um das stärker zu machen. Brauchen wir hier denn? Unreines Sediment. Das können wir stärker machen. Die Absehenszeit von dem wird auch kürzer, wenn wir das machen. Machen wir das einmal. Das verstecken wir auch einmal. So. Haben wir zwar nicht mehr genug. Hier brauchen wir auch immer alte Seelen... Alte Seelenreste. Okay, gucken wir, ob wir das irgendwo hinfinden. Das ist eine Erinnerung. Und wir speichern. Okay. Dann lass mal schauen. Da können wir reisen. Wo geht's hier hin? Alles erforschen erst mal. So, bevor er dich erhebt. Bevor du dich erhebst. Da ist jetzt noch ein Fettsack drin wieder. Du bist auch tot. Hier gibt's nichts. Schade. Er ist tot. Knopf. Irgendwo gehen noch mal was auf. Wo genau, können wir noch nicht wissen. Willen wir aber schon mal rausfinden. Da liegt was. Talies am Stück neben. Oh, cool. Unser Lebenspunkt, die gehen höher. Das ist schon mal gut. Und die Musik. Die Musik ändert irgendwie so ein trauriges Leben. Oder? Ach, Mann. Ach, Mann. Jetzt reicht aber. Ja, jetzt hat er mich natürlich bekommen. So. Jetzt sind die auch langsam alle mal weg hier, ne? Okay. Okay. Oh, Mann. Ich muss ein bisschen beeilen hier. Okay, warte mal. Ich mach einmal Leben. Jetzt haben wir gar kein Leben mehr. Jetzt müssen wir uns ein bisschen vorsichtiger vorgehen hier. So. Da sind auch ein bisschen viele Gegner hier, ne? Okay, wir müssen da hoch auf jeden Fall. Ich mach es jetzt einfach so. 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 Ich mach es auch weg. Hinfort mit dir. Hinfort. Das müsste ja die Tür da unten auf sein, ne? Dann krieg ich gar nicht erwischt da, den Affen. Oh. Ah. Damit hat er nicht gerechnet. Oh. So. Da kommen wir nicht hoch. Aber da rüber kommen wir, ne? Halt. Da unten ist schon auch noch was. Ne. Da kommen wir nicht runter. Oder können wir da vorbeischwimmen? Ja, können wir. Aber wo kommen wir da hin? Die Frage. Wie geht es auch längs? Wir hätten auch oben längs gehen können. Ich glaube, es ist besser, wenn wir oben längs gehen, wie ich gerade sehe, dass hier so viele Gegner sind. Dann gehen wir lieber oben längs. So. Ich weiß noch, wie würde ich heute jumpen, sehe ich gerade. Oh. Oh. Blöder Köter. Ich habe auch kein Leben mehr, so ein Scheiß. Da komme ich nicht hoch. Da oben liegt ja einer. Da komme ich gar nicht hin. So hoch kann ich noch nicht springen. Gut. Dann muss es einen anderen Weg geben. Welchen? Das wissen wir noch nicht. Aber irgendwie werden wir das schon schaffen. Okay. Oh. So, unreiniges Sediment gesammelt. Das gleiche hätten wir da drüben doch auch bekommen können, oder? Ich komme da nicht hin, das ist zu weit. Schade. Das wäre natürlich cool. Obwohl, da muss es doch irgendwie einen Weg geben, ne? Ich denke, ich muss übersehen vielleicht. Ne, da ist echt nichts daneben. Da kann man echt nicht hin. Schade. Gut, müssen wir halt erstmal, ohne die Sachen zu holen, Obwohl die natürlich ganz gut sind für unsere Fertigkeiten, aber... Du blöder Affe, ey. Magische Kette. Erhöht die Anzahl an Ausrüst von Relikten um eins. Ah, das ist doch gut. Wenn wir es behalten können, heißt das, sonst ist es schlecht. Aber wir können jetzt hier raus. Vielleicht kommt der endlich in die Bank. Die Bank wäre jetzt super. Wir haben kaum noch Leben. Was lesen? Antrag des Dorfs. Antrag. Riesige Monster im Wald. Zu Händen eines furchtlosen Ritters. Es gab Bericht, dass ein riesiges Monster im Wald nahe des Klippendorfs wütet. Auch die Soldaten des Königs erlitten Verluste. Eine Belohnung wird an denjenigen ausgehändigt, der das Biest bezwingt. Helft uns, das Land zu beschützen. Gezeichnete Ritter Heilmull. Okay. Wo kommt er dahin? Okay, okay, okay. Aber eine Bank ist hier auch nicht. Warte, versuchen wir es dort hin. Ich will nur gucken, ob es hier eine Bank gibt oder so. Level ab, aber es bringt mir nichts. Okay. Ups. Der Tod ist hier reingerannt. Guck mal da an. Fahrt jetzt mal ein Stück. Okay. Wir haben fast gar kein Leben mehr und machen jetzt hier wirklich noch richtig... Also wir suchen echt noch richtig komische Sachen hier. Was echt doof ist eigentlich. Oh, da sind es wieder die... Mehr gibt es hier aber auch nicht. Da oben ist noch so ein Ding. Oh, das können wir einsammeln. Perfekt. So, haben wir wieder ein bisschen Leben. Das ist doch schon mal gut. Oh, kopfloser Ritter. Das war vielleicht nicht so gut. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das schaffen wir doch niemals. Das war ja dumm, hier längst zu laufen. Ja, das war dumm. Hier hätte man nicht hinlaufen sollen, aber das habe ich gemacht. Wie blöd von mir. Wie blöd von mir. Aber wir haben ja schon vieles entdeckt hier, deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Aber den kopflosen Ritter, den würde ich ganz gern trotzeln. Der gibt uns bestimmt irgendwas Cooles. Ich kill die mal jetzt nicht alle, weil ich will eigentlich nur wieder zurück zu diesem... ...zu diesem komischen Ritter. So. Tür auf. Ah, die Tür ist ja auf. Warum habe ich das gemacht? Tür war ja auf. Das war ja dumm. Hätte ich jetzt gar nicht drauf gehabt. Oh, gut. Ich hätte dann auch hier längst zu laufen können. Aber jetzt muss man den gleichen Weg nochmal gehen. Okay, das war ja dumm. Das war doppelt dumm. Die sind ja so viele. Ich glaube trotzdem mal kurz vorbei. Nice. Schaffen wir es trotzdem. Das muss ich ja gar nicht alle killen, oder? Durch ein weiter Weg dahin wieder, aber wir schaffen es, glaube ich. Wir probieren es mal. Das war hier unten längst dann. Und dann gehen wir zurück. 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 So, jetzt versucht man den Ritter nochmal zu schaffen da, dürfte ja möglich sein. Oh. Nein. Oh. Das ist eigentlich ganz cool das Ding. Da, du Affe. Okay, mit den ganzen Waffen kann man es nicht ganz cool schaffen hier alles, ne? Hätte ich doch nur komplett den Verstand verloren. Die Leute nehmen mal. Kopfloser Ritter. Für kurze Zeit kann der Ritter Angriffe mit seinem Schild abwehren. Mit gutem Timing ist auch ein Konter möglich der Gegner betäubt. Mit Geroid als Vorbild wurde er zum Ritter. Doch die Unreiz, die er aus unsterblicher Ritter erhielt, wuchs zu schnell. Er griff seine Kameraden an und zur Strafe wurde sein Kopf abgeschlagen. Cool. Und jetzt können wir hier runterrutschen? Ah, dann kommen wir hier wieder hin. Okay, perfekt. Den haben wir doch gut geschafft. Den kopflosen Nick. Oh, das ist der von Harry Potter, ne? Kopflose Ritter. So. Einsammeln. Frommenbrief. Es gibt hauptsächlich zwei Stützpunkte der Weißen Kirche. Die weiße Diözese, äh, Diozesse und der unterirdische Übungsplatz in den Katakomben. Die angehenden Beschützerinnen müssen dort jahrelang trainieren, um Körper und Seele zum Schutz der Weißpriesterin zu stehlen. Anweterinnen werden unter den Gläubigen ausgewählt, darunter werden nur die zehn Besten zur Beschützerin ernannt. Okay, hier können wir schlafen. So. Gucken wir mal ganz kurz. Können wir ausrüsten. Tatsächlich machen wir den da mal hin. Ähm, aber dazu machen wir auch nochmal den auch noch dahin. Gibt, glaub ich, gar nicht so schlecht. Ich will das mit dem Schild auf jeden Fall mal ausprobieren. Redelikte. Können wir jetzt beide hinpacken, haben wir einen eingesammelt. Verstärken, ja, wir haben keine alten Seelenreste, die müssen wir erst bekommen. Wir lassen das mal ganz kurz. Und speichern. So. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Das würde mich freuen. Und wir machen direkt beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020